Hey, was geht? Hast du dich verlaufen? Nein, du bist richtig hier. Mit diesem Video will ich dir zeigen, wie du schnell im Fortnite XP Glitch dich hochlevelst. Denk daran, es muss immer die gleiche Version von Mapcode sein, sonst funktioniert der Glitch nicht. Dann lass uns mal starten. Viel Spaß. So, ihr geht in Kreativmodus, gebt den Code ein, den ich euch jetzt hier vorgebe. 619685219825 und damit starten wir das Spiel. In der Zeit, wo das Spiel noch startet oder wir uns im Spiel befinden, ihr könnt gerne meinen Creator-Code eingeben, den gebe ich euch jetzt hier einmal vor. IRB für Iranboy, darüber werde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Wie gesagt, es ist freiwillig und es kostet euch nichts. Nicht zu vergessen, lass ein Abo da, dann bist du immer auf dem neuesten Stand und wenn euch das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like da. Ich freue mich. Danke euch. So, nun sind wir im Spiel. Wir laufen einmal hier raus aus dem Teleport. So, jetzt brauchen wir zwei Waffen. Einmal den Sniper, die nehme ich mit und dann brauche ich einmal das hier Objekt. Die beiden brauche ich. So, jetzt nehme ich den Sniper und gucke einmal nach oben. Irgendwo muss, warte, ich muss erstmal gucken, wo das ist. Da ist er. Da, da wo XP steht. Da drauf muss man einmal schießen. So, somit haben wir schon mal, kommen wir in einen Raum und dann machen wir einmal aktivieren. So, jetzt wie ihr seht, ich bekomme schon jetzt 28 XP pro Sekunde. Wenn wir jetzt einmal unten gucken, da sind wirklich nur 28 XP, aber das ist jetzt nicht das Ende, sondern jetzt geht es erstmal los. So, jetzt laufen wir einmal hier in die Richtung. Also quasi von da aus laufen wir einmal in die Richtung. Hier versuchen wir mal hochbauen. Dann bauen wir uns geradeaus. Einmal nach vorne geradeaus vorbauen. Denn es gibt es mehrere Arten hier, die das kriegt zu aktivieren, weil dann kriegst du mehr Punkte am Ende. So, dann gehen wir hier hin zu dieses Teil. Dann aktivieren das auch einmal. So, jetzt kriege ich nochmal extra dazu XP. So, jetzt laufen wir wieder zurück. Jetzt kriege ich halt zweimal XP. Einmal 28 von sich oben und dann einmal unten. Und dann kriege ich auch noch. Siehst ja, das ist jetzt mal 3, mal 4. Das wird immer mehr. Mal 5, mal 6, jetzt mal 7 und so weiter. Jetzt laufen wir einmal hier zum Tresor. Den Code, den ich euch jetzt vorgebe, muss ihr eingeben. Einmal 2, dann geben wir mal eine 6, 3, 4, 5 und dann die 6 und hier geben wir uns eine 3 ein. So, 2, 6, 3. Das ist der Code. So, jetzt gehen wir zum Tresor. Öffnen wir die Tür und dann gehen wir zu diesem Button. Da kriegen wir unser XP wieder verdoppelt. So, jetzt gehen wir wieder raus. Das heißt, ihr kriegt schon mehrere XP jetzt. So, jetzt laufen wir einmal da, wo Telefonzelle ist. In die Richtung laufen wir auf jeden Fall. Einmal bis zum Ende. So, jetzt müssen wir hier hinten. Hier ist ein Geschenk. Da müssen wir hin. Und da machen wir wieder XP Gift. So, das haben wir auch aktiviert. Und zu guter Letzt müssen wir jetzt einmal gucken, wo das Teil ist. Das muss auf der Seite sein. Also, ich sage euch jetzt einmal, seht ihr unten jetzt bei mir, ich kriege jetzt schon viel mehr XP als vorhin am Anfang. Das sind schon über 100. So, jetzt laufe ich einmal hier hin. Jetzt wechseln wir auf die dritte, zweite Waffe, die wir schon vorher ausgewählt haben. Hier ist ein Apfel. Da drauf schießen wir. Jetzt sind wir klein und laufen einmal hier zwischendurch. So, sind wir hier runtergefallen. Jetzt laufen wir einmal zu Fragezeichen. So, hier können wir uns wieder groß machen. Und dann machen wir das Letzte. So, und jetzt gehe ich hier raus. Und wie ihr seht, ich bekomme jetzt viel mehr XP als am Anfang. Es ist schon jetzt mal 9. Das, was ich kriege. Ich kriege halt zwei Varianten. Einmal oben 28. Und dann einmal da. Seht ihr 54 EP. 63, 72. Und das geht immer so weiter. Und dann fängt ihr wieder von vorne an und geht immer weiter. Ich hoffe, der Glitch hat euch gefallen. Ich konnte euch ein bisschen nach vorne bringen mit eurem Punkte, die ihr sammeln müsst. Und wenn dein Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Abonniere mich für weitere Videos, die ich hochladen werde. Und ich sage mal, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.